Also, wir beschäftigen uns jetzt mit der inneren Uhr. Jeder Mensch hat seine ganz eigene innere Uhr. Im Zentrum für Chronobiologie an der Ludwig-Maximilians-Universität ist Wissenschaftler Till Rönneberg dieser inneren Uhr auf der Spur. Die Forscher haben herausgefunden, dass Gene für den sogenannten Chronotypus eines Menschen verantwortlich sind. Der Chronotypus bestimmt, ob wir zu den sogenannten Lärchen, den Frühaufstehern oder den Eulenzählen, die morgens eher schwer aus den Federn kommen. Es ist das Licht, welches unsere innere Uhr synchronisiert. So bestimmen nicht nur die Gene allein, wie früh oder spät wir dran sind. In einer Untersuchung wurde festgestellt, dass sich die innere Uhr sehr genau auf draußen einstellt. So lässt sie die Menschen im Osten Deutschlands früher aufstehen, weil auch die Sonne im Osten etwas früher aufgeht als im Westen. Und so mancher Schüler, der mit offenen Augen im Unterricht sitzt, macht laut Messungen der Wissenschaftler alle paar Minuten einen Mikroschlaf. Das kann an der inneren Uhr liegen, manchmal aber auch am langweiligen Unterricht. Herzlich willkommen, Professor Till Rönneberg. Ich muss sagen, da ich ein neugieriger Mensch bin, habe ich mich sehr gefreut, dass wir uns kennenlernen auf die Art und Weise, weil ich von Ihnen nichts wusste. Ich wusste nicht mal, dass es den Beruf eines Chronobiologen gibt. Und Sie werden uns jetzt aufklären, was habe ich da versäumt? Oder warum ist Ihr Beruf so unbekannt? Erstmal ist er nicht sehr alt. Die innere Uhr wurde zwar schon sehr früh erforscht im 18. Jahrhundert, aber so die richtige moderne Forschung begann eigentlich erst in den 60er Jahren. Und dann muss man auch dazu sagen, dass diese Sache mit der inneren Uhr immer so ein bisschen belächelt wurde, bis man gefunden hat, dass da wirklich jede dran beteiligt sind und dass das ein richtig biologisches System ist. Und dann hat man angefangen, die Sache sehr ernst zu nehmen. Denn es ist eine ernste Sache, die, ich würde sagen, zu den ältesten Eigenschaften der Biologie überhaupt gehört. Jede Zelle, auch wenn sie noch so Millionen von Jahren zurückliegt, hat eine innere Uhr, die den Tagesablauf in dieser Zelle so bestimmt, dass die Zelle eben nicht vom Morgen, von der Kälte, von der Dunkelheit, von der Hitze überrascht wird, sondern das planen kann. Deshalb trägt sie eine molekulare innere Uhr. Und die haben wir natürlich auch. Aber da wir immer denken, wir stehen so über der Biologie, denken wir, das Aufstehen morgens ist eine Trivialität. Das machen wir so. Und wenn wir es nicht so gut können, dann ist das nur eine Frage der Disziplin und Moral und so weiter und so fort. Also ich will jetzt mal da ein bisschen nachfragen. Also zuallererst will ich mal die Feststellung machen. Sie sind ein seriöser Professor. Sie sind nicht irgendeiner, der sich was ausgedacht hat. Der Mensch könnte ja wohl eine innere Uhr haben. Sozusagen der Maestro, von dem Sie alles gelernt haben, hat ein eigenes Max-Planck-Institut zur Erforschung dieser inneren Uhr bekommen. Da sind Bunker gebaut worden, Tausende von Menschen untersucht worden. Das heißt, das ist fundamental grundlegende Wissenschaft, die Sie betreiben. Und Sie, um es in eine größere Bevölkerung hineinzutragen, haben ein sehr lustiges Buch dazu geschrieben mit dem Titel Wie wir ticken. So, jetzt wollen wir mal sehen, wie wir ticken. Also, kann ich zum Beispiel meine innere Uhr persönlich umstellen? In dem Film wurde vorhin gesagt, dass Ostdeutsche früher aufstehen als Westdeutsche. Das heißt wirklich, im Osten geht auch die Sonne früher auf und im Saarland geht sie später auf. Und das zeigt schon, dass diese innere Uhr, die selbst bei allen Tieren und Pflanzen von der Sonne gestellt wird, vom Licht gestellt wird, dass die gar nicht so sehr auf Tagesschau oder Talkshows hört, sondern die stellt sich nach dem Licht. Und das ist auch die Art und Weise, wie man seine eigene innere Uhr stellen könnte. Die Tatsache, dass wir heutzutage alle mit unserer inneren Uhr so spät dran sind, liegt daran, dass wir fast überhaupt nie mehr draußen sind. Und es ist das helle Licht, was die innere Uhr stellt, bei den meisten Menschen stellt helleres Licht, die innere Uhr etwas früher ein. Und gibt es ja da sogar bei meinem Hausarzt hin und wieder verschrieben, sowas wie mit Lichttherapie. Zuerst habe ich gedacht, aha, wieder irgend so eine neuartige, homöopathisches Angebot. Aber die Lichttherapie müsste ja dann in Ihrem Sinne etwas sehr Seriöses sein. Licht ist etwas ganz Wichtiges für den Menschen, wie für alle anderen Lebewesen auch. Und wer zu wenig Licht bekommt, der hält einen Schaden. Also der ist depressiver und die innere Uhr ist nicht richtig eingestellt. Deshalb ist Lichttherapie durchaus sinnvoll. Man muss nur dazu sagen, dass Lichttherapie draußen viel billiger und viel effektiver ist als eine Lichttherapie mit einer Lampe. Denn selbst an einem regnerischen Tag habe ich wahrscheinlich 10 bis 20 Mal so viel Licht wie die hellste Lichttherapielampe bieten können. Also ein Spaziergang draußen ist immer noch besser, als zu Hause sich irgendwelche Lichter anzumachen. Richtig. Und das gilt für Gesunde wie für Kranke, für Alte wie für Junge? Das gilt für alle. Das gilt vor allen Dingen auch für alte Leute, die nachts nicht mehr richtig schlafen können und tagsüber immer wieder einschlafen. Liegt größtenteils an Lichtmangel. Das haben Kollegen von uns ausprobiert, dass sie den alten Menschen in den Altenheimen viel Licht gegeben haben und sie auch nach draußen zu Spaziergängen geführt haben. Und schon wieder konnten alte Menschen nachts mehr durchschlafen und tags mehr durchwachen. Leben dann Hundebesitzer länger als Katzenbesitzer? Das wollte ich immer mal untersuchen. Ich hatte immer die Hypothese, dass Hundebesitzer mehr nach draußen kommen und daher mehr Licht mitbekommen. Und wollte daher mit Klassen immer eine Facharbeit machen, dass die eine Umfrage machen bei den umliegenden Tierärzten. Und eben Katzen- und Hundebesitzer fragen, nachdem wann sie aufstehen und so weiter und so fort. Aber dazu ist es die gekommen. Ja, vielleicht kommt es jetzt dazu. Vielleicht ist einer zu Hause, meine Damen und Herren, der Lust hat, diese Untersuchung zu machen. Wir unterstützen gerne, stehen mit Rat und Tat beiseite. Sie unterscheiden die Menschen in Lerchen und Eulen. Was bin ich? Das ist nicht so ganz richtig, denn das Gleiche könnte man über die Körpergröße sagen. Da unterscheiden wir auch nicht die Menschen in Zwerge und Riesen. Die Lerchen und die Eulen sind an den beiden Enden von einer Verteilung, wie wir sie auch von der Körpergröße her kennen, wo die Zwerge und die Riesen an den Enden stehen. Was Sie sind, weiß ich jetzt nicht. Aber ich nehme mal an, Sie sind kein horrender Frühtyp. Sonst könnten Sie abends Talkshows nicht mehr so gut leiten. Sie haben völlig recht. Mich klar erkannt, meine Frau freut sich jetzt. Ich schlafe gerne lange und gehe abends spät ins Bett. Jetzt haben Sie wieder etwas gemacht, was die Moral Deutschlands immer macht. Lange schlafen ist, lang ist nicht der Gegensatz zu früh oder spät, sondern lang ist der Gegensatz zu kurz. Nee, dann bin ich eher ein Frühschläfer. Eben. Wir sprechen nämlich immer von Frühaufstehen und Langschläfern. Das ist natürlich Blödsinn. Ja, da haben Sie recht. Da haben Sie recht. Aber jetzt, früher hat man ja gesagt, Menschen, die morgens sehr lange schlafen und Langschläfer sind, die seien moralisch nicht so in Ordnung. Das seien Faulpelze. Dem können Sie widersprechen. Also es gibt so zwei Stigmata, die man Menschen gibt. Und das ist, der Frühtyp ist langweilig und der Spättyp ist faul. Und beide sind genauso unrichtig. Denn man hat eine innere Uhr, die ist von Genen gesteuert und auch noch durch das Licht gesteuert. Und wenn man ein Frühtyp ist, wird man halt früh müde, wacht aber von alleine auch früh auf. Und wenn man ein Spättyp ist, wird man spätmüde und wacht sehr viel später auf, schläft deshalb nicht länger oder kürzer. Extreme Frühtypen können sich mit extremen Spättypen ein Bett teilen, ohne dass Sie es jemals zusammen benutzen. Weil das geht mittlerweile sehr weit auseinander, bis zu zwölf Stunden. Aber jetzt bleiben wir mal bei einem Ehepaar oder bei einem Paar. Der eine ist ein Frühtyp, der andere ist ein Spättyp. Das gibt ja Komplikationen. Nicht unbedingt, denn in dem Fall gibt es ja schon mal einen großen Unterschied. Der eine ist ein Mann und der andere ist eine Frau. Das ist ja schon mal ein Unterschied. Aber nicht mit der inneren Uhr. Ja, aber warum sollen denn alle Unterschiede immer zu Problemen führen? Ich meine, wenn Sie ein Frühtyp und ein Spättyp sind in der Ehe, dann ist es doch ganz leicht, wenn Sie die Toleranz haben, zu sehen, dass der andere halt anders ist, steht der eine, der Frühtyp, steht fröhlich morgens auf, geht auf Zehenspitzen aus dem Zimmer und macht Frühstück. Und der andere wacht auf und das Frühstück ist fertig, macht dann aber wieder, während der andere Partner schon wieder im Bett ist, den Abwasch. Also man kann auch mit Kindern, wenn man junge Kinder hat, ist es ideal, wenn man nicht der gleiche Chronotyp ist. Denn dann kann der frühe Chronotyp, kann sich um das Baby zu bestimmten Zeiten kümmern und der späte Chronotyp zu anderen Zeiten. Also das ist eine Arbeitsteilung. Man muss das nur erkennen, die Chance, das ist eine Chance. Und wenn man noch länger verheiratet ist, dann hat das vielleicht den Vorteil, dass man sich nicht ganz so viel sieht. Haben Sie Ihre wissenschaftliche Forschung als Wissenschaftler auf dieses Gebiet gesetzt oder machen Sie eine Eigentherapie? Ich habe jahrzehntelang keine Eigentherapie gemacht, weil ich ja Schulkinder hatte. Und ich bin schon auch ein späterer Typ und ich musste immer um sechs Uhr aufstehen. Das war für mich hart, habe ich immer gemacht. Ich führte aber auch dazu, dass ich tagsüber immer müde war, was ich jetzt nicht mehr bin, da meine Kinder nicht mehr in die Schule gehen. Da gehe ich nämlich ins Bett, wann ich, wann meine innere Uhr dafür ein Fenster aufmacht und schlafe sehr viel effektiver und kann deshalb tagsüber ohne ein bisschen Müdigkeit durcharbeiten. Dankeschön für das Stichwort Schule. Und jetzt hören alle zu, die schulpflichtige Kinder haben oder sich noch selber an die Schule erinnern. Ihnen fängt die Schule zu früh an. Sie sagen, wir könnten besser lernen, es gäbe weniger Krankheiten, wenn wir einfach nicht um acht in die Schule gehen würden oder wie hier in Baden-Baden um Viertel vor acht, sondern erst um neun. Was sagen die Lehrer dazu? Das sind jetzt mehrere Sachen, die wir auseinanderhalten müssen. Also einmal sage ich nicht die Schule, sondern wir haben die Erkenntnis, und das ist wissenschaftlich mittlerweile sogar im Tiermodell gezeigt, ist, dass wenn Säugetiere, und dazu gehören wir, in die Pubertät kommen, wird die innere Uhr später. Das, was wir immer, das erleben wir an Jugendlichen, die haben diese unglaubliche Kapazität, spät ins Bett zu gehen und dann bis spät in den Tag hinein zu schlafen. Das ist Biologie, das ist nicht Faulheit oder Disco. Umgekehrt, ich behaupte immer, wo sollen die denn, wenn die nachts wach sind, wo sollen die denn hin, ohne jemanden zu stören? Und da gibt es dann nur dieses Reservat, das nennen wir Disco, da können sie hingehen, ohne jemanden zu stören. Das ist nicht, weil sie in die Disco gehen, sind sie spät. Also für diese Jugendlichen ab 14 bis 19 Jahre fängt die Schule zu früh an, denn die sind letztendlich in der ersten, zweiten Stunde in der Mitte ihrer inneren Nacht. Und das ist natürlich ein vollkommener Blödsinn. Auch die Schule ist eine Behörde sozusagen, die einen Service liefern muss und den Service optimal zu liefern, ist nicht, indem man sagt, die sollen jetzt alle um 8 Uhr in die Schule kommen, weil das Lernen dafür noch nicht effektiv ist. Außerdem wird bei denen der Nachtschlaf verkürzt, der wiederum sehr wichtig ist, um das, was man gelernt hat, zu konsolidieren, zu behalten. Also wenn uns jetzt Schüler zuhören, die machen aus Ihnen ein Hero und veranstalten mit Ihnen den nächsten Woodstock, um die Lehrer davon zu überzeugen, wir müssen anders leben. Ja, aber die Lehrer sind teilweise sehr schwer davon zu überzeugen, denn Sie können sich vorstellen, dass ein extremer Spähttyp nicht unbedingt Lehrer wird, denn morgens um 8 Uhr eine Horde von 30-jährigen Jugendlichen, die selber noch völlig verpennt sind, unter Kontrolle zu haben, ist jetzt nicht so sehr wahrscheinlich das, was ein Spähttyp leisten kann. Deshalb gibt es da schon so eine gewisse Vorselektion, dass die meisten Lehrkräfte wahrscheinlich auch frühere Typen sind und sich deshalb nicht vorstellen können, wie so ein Schüler sich fühlt, wenn er um 8 Uhr in der Schule sitzt. Jetzt haben wir ungefähr inhaltlich 10% dessen gestreift, was in Ihrem Buch drin steht. Wer sich damit weiter beschäftigen möchte, Professor Till Rönneberg, Sie finden es im Buchhandel. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, was Sie über die innere Uhr wissen, das ist bedeutungsvoll und sollte an jedem weitergetragen werden. Nur eins habe ich noch nicht kapiert. Sie sagen, die innere Uhr ist in jeder Zelle. Aber habe ich denn nicht irgendwo in meinem Hirn eine Stelle, wo ... Da gibt es eine Stelle, die guckt, das ist sozusagen ein Leuchtturm im umgekehrten Sinne, da gibt es eine Stelle, die guckt durch die Augen nach draußen, wann Licht und wann Dunkelheit ist, und gibt das an die ganzen Zellen in den Körperzellen, also in der Leber oder im Herz oder in den Muskeln weiter und sagt, so und so viel Stunde hat es jetzt innerlich geschlagen. Jetzt könnt ihr euch verabreden mit euren biochemischen Programmen, die ihr zu tun habt. Bitte kein Chaos. Ich sage euch, wie viel Uhr es draußen hat. Herr Professor, manchmal bin ich eine Eule und manchmal bin ich eine Lärche. Was bin ich jetzt? Schizophren? Da müssten wir näher reingucken, wann sie was sind. Aber Schizophrenie auf der zeitlichen Ebene ist manchmal auch ganz praktisch. Professor Till Rönneberg, herzlichen Dank. Applaus 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 Applaus